Hört man mich überhaupt? Ja, man müsste mich überhören. Mein Gott, das wirkt schon. Ich trinke gerade mein zweites Glas erst davon, auch wenn das schon so viel leer aussieht. So viel leer. Durch meine ganzen Diäten trinke ich ja nicht mehr so viel Alkohol und man merkt sofort. Oh schön, wir haben andere Stimmen hier. Yo, Flavio! Bist du Flavio Salmonetti? Das wäre mal interessant zu wissen. Das ist jetzt hier so eine spontane Geschichte, Flavio. Du siehst mich jetzt gerade hier total angetrunken. Und glücklich wartend auf das WM-Spiel. Und da dachte ich, wenn ich schon spiele, dann kann ich das Ganze auch wieder live übertragen. Je mehr Leute, umso lustiger. Und naja, da ich hier gerade sowieso ganz, ganz selten ist, dass ich nur noch Alkohol konsumiere, kann es eigentlich nur lustig werden. Boah, ich habe 11.000 Tacken auf der hohen Kante hier. Gibt es ja gar nicht. Ja, Flavio, wenn du Battlefield Hardline auch hast, die Beta, dann tut dir keinen Zwang an und komm ins Spiel. Ich habe da gesehen, da ist eine Gatling-Gang gerade durch die Gegend geflogen. Äh, wo ist denn hier Enemy und so? Oh, 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 oh. Ich habe das mit den Fliegen echt nicht raus. Oh. Oh, Denkerskind ist auch da, Till. Ja, du erwischst mich. Seht ihr die Gatling-Gang die ganze Zeit, die die ganze Zeit hier ins Bild reinfliegt? Seltsame Scheiße. Ach so, da müssen wir hin. Ja, besoffen Helikopter fliegen. Kriegt man da eigentlich auch den Führerschein abgenommen? Das ist doch eine gute Frage, oder? Da hat sich bestimmt noch keiner Gedanken drüber gemacht. Ich streike mal aus. Äh, ich zog auf der Playstation 4. Ich weiß, Battlefield gehört grundsätzlich auf den PC. Aber für den PC habe ich keinen Beta-Code, ähm, angefordert, sondern nur für die Playstation 4. Äh, ja, Till, äh, ich bin leicht angetrunken, weil gleich geht's ja zum WM-Spiel gucken. Und, äh, das kann ich nicht nüchtern. Nicht bei den Leuten, mit denen ich, äh, WM-Spiel gucken gehe. So, ich hoffe, die geben mir mal gut Deckung hier, damit ich gut absahnen kann. Komm, 400.000. Ach, naja. Ja, komm, gib Gas hier. Fahr mich weg, du. Drecksack. Also, ich muss sagen, ich hab das ja gestern Abend schon gestreamt hier, Battlefield-Tartlein, und ich war richtig scheiße. Ich vermute auch, dass ich jetzt nicht besser bin. Aber, es macht einfach Spaß. Ja, jawoll. Mal eben 300.000 Dollar. Also, äh, 10 Euro. Hier abgegeben. Wie meinst du das doch? Oh ja, Till, heute wird lustig. Aber ich spiel jetzt nur eine Stunde, weil dann geht's, äh, schon langsam los Richtung, äh, WM-Cook-Location. Kann man das so sagen? Ah, ich glaub schon. Ah, die Spacken haben mir die Piles hier hochgefahren. Fahre ich wieder runter. Komm schon. Jawoll, und gleichzeitig eingestiegen. Das war so Combo-Move. Ich bin wie Teenage Mutant Ninja Turtle auf Pizza. Nein! Was meinst du mit, auf welcher Version die Playstation 3 war, Flavio? Verstehe ich jetzt nicht. Und ich hoffe für dich, dass es jetzt nicht zu einer Frage ausartet, ich bin auf Originalführung, wer so und so, kann ich den Jailbreak machen. Denn dann hast du sofort Sympathien bei mir verspielt. Oh, Till, noch arbeiten? Ja, ich hoffe, du bist aber rechtzeitig zum WM-Spiel zu Hause. Ich mein, das wäre ja unmenschlich von einem Arbeitgeber, einen dann nicht, äh, nach Hause zu schicken. Ich denke mal, am, äh, 26. oder am 21. das Spiel. Ähm, da bin ich eigentlich bis 22 Uhr auch auf der Arbeit, aber um 21 Uhr wird ja gespielt. Ich denke mal, dass wir da auch früher nach Hause gehen dürfen. Da muss der Stahl mal Stahl sein. Ne, Krupp-Stahl hat ja sowieso seine eigene Qualität. Dann lasst die uns mal gehen. Man, ihr Ficker! Aber Moment, jetzt verstehe ich das erst. Du guckst auf der Arbeit einen Gameblamer streamen. Oh, 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 oh. Das ist aber, das ist, äh, ne? Sagen wir jetzt mal nix zu. Ich wünschte, ich könnte das auf der Arbeit. Ach so, ja. Gut, ich spiele da Playstation Vita. Ist auch nicht viel besser. Ich fahre jetzt mit Sedan. Ist das ein Türke? Ah, nee, Sedan. Ich fahre Sedan. Das ist eine Automarke anscheinend. Boah, in letzter Zeit, also ich möchte anmerken, ich bin auf keinen Fall rechts. Ich habe sehr viele, sehr gute türkische Kollegen, mit denen ich mich super verstehe. Und gerade deswegen ist, glaube ich, bei mir die Händschwelle gering, irgendwie so, so, so komische Sprüche zu machen. Wie, wir saßen vor dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon im Livestream gesagt habe, oder? Und da ging das so, was ist denn die Lieblingstaktik von den Deutschen im Fußball anzugreifen? Außen rechts. Oh, ich musste so lachen. Über die eigenen Witze lacht man immer noch am meisten, glaube ich. Ja, mein Trikot, das ziehe ich gleich auch an, ab 16 Uhr. Dann warte ich noch eine halbe Stunde und dann fahren wir in die Diskothek Motorrad Jansen Fußball gucken. Ich wollte ja eigentlich an der Wasserski-Anlage hier in Rheinhausen gucken, aber da musste man vorher reservieren. Das habe ich verpeilt. Und ich seh halt nicht ein, mich da hinzusetzen und für sieben Mann, die dann kommen wollen, Platz frei zu halten. Wie soll ich das denn machen? Weil ich wäre der Einzige, der jetzt um 16 Uhr da sein könnte, um Platz frei zu halten. Und dann wollen nachher sieben Mann nachkommen. Wie soll ich das denn machen, wenn man vorher noch reservieren musste? Deswegen. Schön nachher Motorrad Jansen, die Diskothek und an ganz gediegen Fußball gucken. Heli! Mit dem Heli kommt man einfach am sichersten da hin. Ich glaube, wenn ich den Heli nicht, dann würde ich noch nicht mal hier ankommen. Aber wäre schon alles aus, bevor ich hier beim Gegner bin. Ich habe das Gefühl, dass ich Verfolger habe. Mehr anscheinend doch nicht. Ja, nimm doch hier den Scheiß, Mann. Mach dir die Taschen voll. Und dann lass uns verschwinden. 300, 400, 500. Boah, Max Cash. 500.000. Jetzt blockieren mich hier die ganzen Schweine. Halt, warte auf mich, warte auf mich. Oh, du Spacko. Du blöde Mistsau. Oder haut er mit seinem scheiß Mountainbike da ab. Lässt mich hier sitzen. Der blöde Spackarsch, ey. Kriegst du viel. Krieg Plack. Wo ich meine Adiletten hinterher werfen. Voll an der Birne. Spacko. Nein, nein. Die Runde darf doch nichts vorbei sein. Ich habe hier Max Cash. Nein, nein. Die dürfen mich auch nicht erwischen. Nein, nein. Fuck, 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 fuck. Boah, da hast du 500.000 Ocken da im Rucksack, ey. Und dann schießen die Wichser dich einfach so ab. Scheiß, fuck, kack, ey. Das macht mich schon ein bisschen sauer. Oh, da steige ich aus diesem Wagen aus und bin sofort tot. Und man kann echt jede Folge, jede Folge hier Battlefield Hardline mit mir, kann man als Rageplamer verkaufen. Ohne Scheiß, ey. Ich raste in keinem Spiel besser aus als hier. Da sind die alten Spiele in Scheißdreck gegen. Mann, ey. Krieg ich Plack, krieg ich Kopfschmerzen, krieg ich an den Läten an den Füßen. Fuck you. Fuck you.